Wenn es um Rohrsysteme geht, ist das Unternehmen IVT aus Rohr im Landkreis Roth der richtige Ansprechpartner. Seit seiner Gründung vor 20 Jahren hat sich das Tochterunternehmen der WIRT-Gruppe einen Namen in der nationalen und internationalen Branche gemacht. Neben mehr als 5000 Handwerksbetrieben und Bauunternehmen vertraut eine Vielzahl namhafter Hersteller der Fertighausindustrie auf die Qualität unserer Produkte. Mein Name ist Martin Böhle, technischer Projektleiter der Firma KTC Projektbau GmbH. Im Bereich der Installationen arbeitet die Firma KTC auch bereits seit 2011 mit der Firma IVT zusammen. Hier gerade im Installationsbereich durch vorgedämmte Rohre der Sanitärleitungen sowie im Heizungsbereich. Das System hat sich einfach als sehr flexibel und baustellenfreundlich erwiesen. Mein Name ist Udo Romankewitz. Ich bin seit dem 1. März 2016 bei Engelmann Energien Service. Mein Fokus liegt auf der Abteilung Flächenheizung. Bei nahezu täglich wechselnden Baustellen ist uns wichtig, dass wir einen zuverlässigen Partner an unserer Seite haben. Das heißt, dass wir unser Fußbodenheizungsmaterial wirklich pünktlich, just in time und direkt auf die Baustelle bekommen. Das funktioniert durch den 24-Stunden-Lieferservice bei IVT tadellos. Mein Name ist Hubertus Fundl. Ich bin Geschäftsführer der Firma Fundl Sanitär GmbH. Wir sind Prineto-Kunde erster Stunde, verarbeiten problemlos seit über 20 Jahren Prineto Rohrsysteme für Sanitär, Heizung und Flächenheizung. Wir schätzen den guten Service, die komplette und pünktliche Lieferung, die partnerschaftliche Betreuung und die Planungsunterstützung. Mein Name ist Christian Metz von der Firma Anlagentechnik Metz. Mit der Firma IVT, mit dem Rohrsystem Prineto arbeiten wir nun seit sieben Jahren. Und wir sind sehr zufrieden, vor allem mit dem schnellen Lieferservice. Wir können innerhalb 24 Stunden zu 100% Sicherheit mit der Ware auf unseren Baustellen rechnen. Grüß Gott, mein Name ist David Schweiger. Ich bin einer der Geschäftsführer der Firma Gebrüder Schweiger Installationen aus Saalfelden. An der Zusammenarbeit mit IVT schätzen wir ganz besonders die Produktqualität der Rohre sowie der Verbindungstechnik. Also auch die kompetente Betreuung durch den Außendienst rund um die Projektplanung und Materialbeschaffung. Mein Name ist Kroll Markus. Ich führe mit meiner Frau das Unternehmen Kroll GmbH. Wir sind seit 2001 Partner der Firma IVT. IVT liefert bei der Kroll GmbH Installations- und Verbindungstechnik für Heizung und Sanitär. Qualität steht in allen unseren Bereichen an oberster Stelle. Mein Name ist Nils Neunerber. Ich komme von der Neunerber & Klausen GmbH. Unser Betrieb ist 1998 im Landkreis Oldenburg in der Gemeinde Hatten gegründet worden. Unser Betrieb ist seit der Gründung 1998 IVT-Partner. Wir nutzen die Produkte vorwiegend im Neubaubereich und in der Altbausanierung, schwerpunktmäßig in der Heizungs- und Sanitärinstallation. Wir sind mit dem Produkt und der Servicequalität der Firma IVT sehr zufrieden und nutzen außerdem das umfangreiche IVT-Schulungsprogramm. Schönen guten Tag, die Firma IVT. Sie sprechen mit Sarah Werner. Als eine von wenigen Firmen unserer Branche betreuen wir unsere Kunden direkt und ohne Zwischenentlagen. In unserem Zentrallager haben wir immer Zugriff auf das komplette Sortiment. Bestellungen, die bis 17 Uhr eingehen, werden unseren Kunden deutschlandweit bereits am nächsten Tag zugestellt. Auf Wunsch sogar bereits am Vormittag. Und auch nach der Bestellung lassen wir unsere Kunden nicht im Stich. Wir kommen auf der Baustelle vorbei, geben Tipps und bieten praxisnahe Schulungen. Was bei uns zählt, ist die richtige Verbindung. Immer. Musik 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 www.spsize.com Vielen Dank.